Lassen Sie mich dann Acht holen, Sie fast reingegen? Eine gelbe Gummilinie, ja? Eine gelbe Gummilinie? Warum? Warum? Um Ordnung herzustellen, muss man einem System Energie zuführen, Energie zu sparen. Nachhaltig. Willkommen bei 11.3000. Kann eine Kuh am Stress scheren? Was frisst die Kuh im Wald? Wir werden hier durch diese Fress-Tourismus-Anlage geschreist wie die Schwarzen nehmen. Deshalb wollen Sie mich nicht verteidigen. Wenn ich hier stehe, dann ist es okay. Und wenn ich hier stehe, dann kommt die Polizei! Nein, ich meine es gar nicht. Wo kannst du die Aufnahme von der Seite ansteigen? Das ist die Kuh im Wald nicht der normale Mensch! Was? Ich bin die normaler Mensch, glaub mir! Wir wurden von einer herabstürzenden Kuh getroffen.